Hallo Leute, herzlich willkommen bei Checkpoint. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht hier weiter mit der Star Trek Fakten Videoreihe. Heute zu einem der Anti-Borg-Schiffe der Norway-Klasse. In der Vergangenheit habe ich ja schon einige Videos zu den Anti-Borg-Schiffen gemacht. Darunter zum Beispiel der Define-Klasse, der Saber-Klasse, Steamrunner-Klasse und heute wie gesagt zu der Norway-Klasse. Ich verlinke euch das gerne in der Playlist, könnt ihr euch gerne anschauen. Und in Zukunft wird noch ein Video zu der Akira-Klasse kommen, demnächst. Ich freue mich drauf und ich hoffe ihr auch. Dann sage ich mal, legen wir los. Ich freue mich drauf und ich freue mich drauf. Ich muss sagen, ich mag alle Anti-Borg-Schiffe. Und die Norway-Klasse ist mein Favorit. Ich mag das Design, ich mag das Schiff generell als Konzept. Aber wie so oft, um dieses Schiff genauer verstehen zu können, müssen wir in die Vergangenheit gehen. Nach den legendären Abenteilen von Captain Kirk, was wir in der Originalserie sehen und in den Kinofilmen, brach eine relativ friedliche Zeit für die Föderation an. Man spricht auch vom goldenen Zeitalter. Man spricht von den Jahren 2300 bis 2360. Also kurz vor der ersten Staffel von Star Trek TNG, die ja 2364 anfängt. Die Zeit war relativ friedlich. Es gab zwar ein paar Konflikte, kleinere Art und Krisen. Auch mal Gefechte, den Cardassianern mitunter, Grenzkriege. Alles in einem aber war die Zeit relativ friedlich. Die Klingonen waren Verbündete. Und die Föderation hatte eigentlich eine gute Entwicklung. Damals war das Rückgrat der Föderationsflotte vor allem Schiffe der Miranda-Klasse, Excelsior-Klasse und auch der potenten Ambassador-Klasse, die aber auch zahlmäßig wenig gebaut wurde. So kam es dazu natürlich, dass die Föderation meinte, dass diese Schiffe eigentlich genügt, um den Tag zu retten. Bei Bedarf konnte man natürlich auch hier sich verteidigen. Aber trotzdem, das waren keine klassischen Kriegsschiffe in dem Sinne. Das änderte sich, als die Föderation Kontakt mit dem Borg hatte. Im Jahr 2365, zu der zweiten Staffel von Star Trek TNG, war der Q so gütig und stellte dem Borg die Föderation vor, die ja schon vorher zum Teil Kontakt hatten, mit der Erde zum Beispiel. So kam es dazu, dass im Jahr 2367, also zwei Jahre später, die Borg an Invasion starteten. Sie zerstörten die Föderationskolonie Joré 4 und drangen tief ins Föderationsraum vor. Die Borg wurden jedoch bei Wolf 359-System von der Sternflotte abgefangen. Es kam zum legendären Schlacht. Dabei wurden 39 Schiffe zerstört und es gab insgesamt 11.000 Tote. Zum Glück konnte die Enterprise Day Crew die Situation meistern und die Erde und die Föderation noch gerade so retten. Es wurde schnell der Sternflotte klar, dass es nicht so weitergehen kann. Taktiken mussten überarbeitet werden und natürlich auch die Waffensysteme. So kam es dazu, dass modernere Phaserbänke entwickelt wurden und auch die potenten Quantentorpedos, die wesentlich schlagkräftiger waren als die klassischen Photonentorpedos. Natürlich bringen Waffen nichts, wenn es keinen Waffenträger gibt, also musste man auch gleichzeitig viele modernere Schiffe bauen. So kam es dazu, dass die Sternflotte beschloss, mehrere Schiffsklassen zu entwickeln, die wirklich auf Krieg ausgerichtet wurden. Also militärische Schiffe waren. Das erste Schiff der sogenannten Anti-Borg-Schiffe war die USS Defined. Und auch der damalige Commander Benjamin Sisko, ein Überlebender der Schlacht von Wolf 359, war daran mitbeteiligt. Die Defined-Klasse war sehr potent, aber hatte ihre Krankheiten, die im Laufe der Jahre ausgemerzt wurden. Es wurden natürlich auch parallel dazu auch mehrere andere Schiffe produziert, darunter auch zum Beispiel die Saber-Klasse, die Steam-Runner-Klasse, die Akira-Klasse und die Norway-Klasse. Interessant ist, dass aber auch hier die Norway-Klasse eigentlich vom Konzept eher viel früher da war, als die Defined oder die späteren Schiffe. Denn ursprünglich war schon im Jahr 2355, also schon einige Jahre vor der ersten Staffel von Star Trek TNG, schon geplant langfristig ein Schiff zu entwickeln, das so ähnlich aussah wie die Norway-Klasse, aber sie war trotzdem noch als diplomatisches Schiff und als Transportschiff konzipiert. Man hat also sozusagen dieses Schiff-Design in der Schublade gehabt, aber nach dem Wolf 359 Zwischenfall hat man gesagt, ja, warum holen wir sie nicht aus der Schublade raus und modernisieren es ein wenig, passend dem Konzept eines Kriegsschiffes an und voila, die Norway-Klasse war geboren. Einige Schiffe dieser Klasse wurden im Jahr 2370 produziert, also nach der Schlacht von Wolf 359. Aber man kann sagen, vergleichsweise zu ihren Schwestermodellen wurde die Norway-Klasse vergleichsweise wenig produziert. Laut mehreren Quellen gibt es nur vier Schiffe, die von dieser Klasse gebaut wurden, darunter zum Beispiel namentlich bekannt die Norway, ist ja klar, das erste Schiff der Klasse, dann die USS Oslo und die USS Budapest. Die Norway-Klasse wurde als ein Kreuzer mittleren Types konzipiert. Das heißt, sie ist definitiv ganz oben damit dabei, sie ist ein Schiff, das sehr viel Feuerkraft hat und relativ wendig für ihre Größe ist. Dafür geht es aber zum Kosten des Verteidigungswertes, das einigermaßen aber trotzdem hier gut ist. Grundsätzlich, das habe ich ja auch schon in den älteren Videos gesagt, wir müssen drei Faktoren mit immer berücksichtigen. Es gibt Feuerkraft, Verteidigungswert, also Schilde und dementsprechend die Wendigkeit, also Agilität. Du kannst zwei davon schwerpunktmäßig nehmen auf Kosten des Dritten. Man könnte sagen, die Define-Klasse ist eigentlich das, was Wendigkeit, Feuerkraft und Verteidigung mit ihren guten Schilden und ihren Lativpanzerungen eigentlich alles als Paket hat. Bei den anderen Schiffen gibt es doch mehr Stärken und Schwächen. Und die Norway-Klasse ist im Prinzip ein Schiff, das eigentlich fast wie die Define gut ausbalanciert ist. Sie ist bestimmt nicht vom Feuerkraft her so stark wie die Define-Klasse, aber sie ist auf jeden Fall stärker als ein Schiff der Saber-Klasse. Auch von dem Verteidigungswert her ist sie nicht so stabil gebaut wie die Define-Klasse, aber immer noch stabiler als ein Schiff der Saber-Klasse oder der Steam-Runner. Auch in puncto Agilität kann sie nicht mit der Saber oder der Define standhalten, aber immer noch agiler als die Akira oder erst recht der Steam-Runner. Also man kann sagen, man hat hier versucht wirklich ein Gleichgewicht zu finden. Sie kann nichts alles perfekt, sie ist nirgends überhaupt wirklich schlecht. Die Länge eines Schiffes der Norway-Klasse betrug 364,77 Meter, Breite 220 Meter, Höhe 60 Meter. Diese Angaben sind natürlich wie immer mit Vorsicht zu genießen, gerade auch, weil wir eben hier etwas haben, was von einem fiktiven Universum stammt. Aber auch verglaßt zu den anderen Anti-Vog-Schiffen haben wir am wenigsten Material für die Norway-Klasse. Das kommt aber auch davon, weil dieses Schiff wirklich nur einmal aufgetaucht ist in Star Trek, und zwar im Star Trek First Contact. Und bedauerlicherweise gab es einen Computerfehler, und damit ist eigentlich die CGI-Modelldarstellung flöten gegangen. So kam es dazu, dass diese Schiffe dann auch nicht mehr gezeigt wurden bei Star Trek, auch nicht bei Star Trek Deep Space Nine. Die anderen Anti-Box-Schiffe im Dominienkrieg sahen wir ja, die Norway leider nicht. Also das ist eigentlich Out-Universe, was wirklich passiert ist, worum man dieses Schiff eben wenig sieht. In den Universe ist es aber so, dass diese Schiffe einfach wenig gebaut wurden. Die Höchstgeschwindigkeit der Norway-Klasse betrug 9,7. Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit jedoch warb 7 bis 8, je nach Quelle. Sie hatte 14 Decks und eine Besatzung von 190. Sie konnte natürlich im Notfall auch mehrere Personen noch mitnehmen. Als ein Anti-Borg-Schiff war sie natürlich auch sehr potent vom Feuerkraft her. Schließlich war es auch vom Konzept her ein Schiff, das in den Krieg ziehen sollte. So war sie natürlich nicht nur mit einem starken Warp-Antrieb bestückt, sondern auch mit zwei sehr leistungsstarken Impulstriebwerken. Je nach Quelle hatte sie auch Applativpanzerung. Da ist es aber ein bisschen zu relativieren. Einige Quellen sagen, sie hat eine Applativpanzerung. Also wenn die Schilde mal ausfallen, hat sie eine zweite Hülle, die nochmal ein bisschen Schutz gibt. Einige Quellen beneinen das. Ich glaube eher, dass sie eine Applativpanzerung haben muss. Ist ja schließlich ein Anti-Borg-Schiff. Zudem natürlich hat sich das Design auch bei der Norway-Klasse, wie bei ihren Schwestermodellen, komplett geändert. Also keine klassischen Untertassen-Sektionen mit Hals und Rumpf. Sie hatte katamaranähnlichen Design, was natürlich diverse Vorteile bot. Dadurch hatte man viel weniger Angriffsfläche. Und auch die Brücke wurde links und rechts, also Backbord und Steuerbord, etwas besser geschützt. Ganz anders natürlich, was wir hier bei den älteren Schiffen kennen. Da schreit geradezu die Brücke, schieß bitte hier drauf. Sie hatte auch sechs Phaserbänke des Typs 10. Das sind die Phaserbänke, die ein Schiff der Galaxy-Klasse hat. Damit hat sie eigentlich sehr gute Feuerkraft. Gerade wenn man bedenkt, dass dieses Schiff etwas kleiner ist als ein Schiff der Galaxy-Klasse. Zumal natürlich waren auch die Schiffe der Galaxy-Klasse eigentlich dafür gedacht, lange Zeit die Flaggschiffsklassen der Steinflotte zu sein. Bis eben die Borg die Tür, ja nicht geklopft, sondern angetreten haben. Kann man sagen. Zudem sei auch zu erwähnen, sie hatte zwei Photonentorpedoranten. Einmal im vorderen Bereich an der Front und einmal im achteren Bereich. Diese konnten mit mehreren Photonentorpedos bestückt werden. Unterschiedliche Konfigurationen bis hin zu Quantentorpedos. Nach der Schlacht von Wolf 359 baute natürlich die Steinflotte weiter ihre alten Schiffsdesigns. Wie die Excelsior-Klasse oder auch die Miranda-Klasse. Aber sie drosselte die Produktion auf Kosten der schlagkräftigeren Schiffe. Darunter auch die Anti-Borg-Schiffe. Und wie gesagt, die Norwegg-Klasse wurde nur wenig produziert. Nach der Produktion der ersten Schiffe im Jahr 2370 hatte sie drei Jahre später ihre Bestimmung zu erfüllen. Die Borg griffen nochmal die Förderation an. Sie zerstörten die Kolonie Ava Prime. Und es kam zu einer ersten Schlacht im Typhon-Sektor. Die Förderation zog sich aber schnell zurück und stellte eine neue Flotte im Sektor 001 auf. Also in der Nähe der Erde. Schließlich waren auch die Ziele der Borg immer die Erde gewesen. Denn das ist nun mal das Herz der Förderation. Und zerstörst du die Erde, schwächst du die Förderation. So kam es zum legendären Schlacht im Sektor 001. Und Schiffe der Norwegg-Klasse waren mit dabei. Von den vier Raumschiffen der Norwegg-Klasse, die in dieser Schlacht teilnahmen, waren namentlich zwei bekannt. Darunter die USS Oslo, benannt nach der Hauptstadt von Norwegen, und die USS Budapest, benannt nach der Hauptstadt von Ungarn. Hier zeigte sich auch, dass diese Schiffe wirklich leistungsstark waren und ihre Bestimmungen sehr gut erfüllten. Obwohl nur die vier wenigen Schiffe, die überhaupt gebaut wurden, hier teilnahmen, hatte sie kaum Verluste. Es stammen zwar einige Besatzungsmitglieder, aber keines von den Schiffen wurde zerstört. Das sorgt dafür, dass sie prozentual gesehen die beste Performance überhaupt darstellt, von allen Klassen. Der Förderation gelang es, die Schlacht für sich zu gewinnen. Was während der Schlacht passiert ist, und danach wissen wir ja alle, denke ich mal. Es gibt jedoch natürlich einige Quellen, dass diese Schiffe auch im Dominienkrieg teilgenommen haben. Ist ja logisch, die Sternflotte würde bestimmt nicht vier schlagkräftige Schiffe zurückhalten. Es gibt allerdings nur wenige Quellen darüber, wie Schiffe der Norwegg-Klasse im Dominienkrieg kämpften. Aber man kann definitiv davon ausgehen, dass sie da teilnahmen und erfolgreich werden. Nun, als Fazit kann ich sagen, ich mag alle Anti-Borg-Schiffe. Aber mein Favorit ist die Norwegg-Klasse. Warum? Es ist nun mal die Optik. Einige von euch werden es hässlich finden. Ich finde es recht interessant gemacht. Das katamaranartige Design gefällt mir sehr gut. Vom vorderen Bereich her geht das sogar ein bisschen Richtung Schiffe der Intrepid-Klasse, wie die Voyager. Da sieht man eben, dass dieses Design lange Zeit in den Schubladen der Sternflotte war. Und man hat dementsprechend sie ausgepackt, als man beschlossen hat, Anti-Borg-Schiffe zu produzieren. Und daraus kann man sagen eigentlich, dass sogar Schiffe der Intrepid-Klasse so eine Art Cousin dieser Schiffe sind. Ich finde es tatsächlich bedauerlich, dass es einen Computerfehler gab und dass das Design dieses Schiffes, das Computermodell, flöten gegangen ist. Ich hätte gerne noch mehr Schiffe, gerade im Dominienkrieg, gesehen. Es gibt noch vereinzelt Quellen, dass diese Schiffe noch längerer Zeit gebaut wurden, bis im Jahr 2400, dann aber schon als recht veraltet galt. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal eine Star Trek-Serie, das im Dominienkrieg Zeit spielt. Und vielleicht sehen wir auch einige Schiffe dieser Reihe. Man kann sagen, dass die Schiffe genau das perfekte Mittelfeld darstellt. Zwischen Feuerkraft, Verteidigungswert und Agilität. Damit sind diese Schiffe unverzichtbar für die Sternenflotte. Jedoch, das ist meine Meinung. Leute, was meint ihr? Welches der Anti-Borg-Schiffe findet ihr am coolsten? Ihr könnt es gerne in den Kommentaren schreiben. Und natürlich, ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr von der Norway-Klasse hält. Gefällt euch das Schiff, gefällt euch das nicht? Und natürlich, wie so oft, würde ich mich freuen, wenn ihr ein positives Feedback geben würdet. Also ein Like und vielleicht ein Abo, wenn ihr neu seid. Demnächst wird es weitergehen mit einem weiteren Schiff der Anti-Borg-Schiffs-Reihe. Bis dahin sage ich, lebt lang und erfolgreich! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020